Musik Okay, wir machen weiter, wenn du einverstanden bist, weil wir sind sehr gut dran. Okay, jetzt darf ich mir vorstellen, Herrn Zulewski aus Basel, ich habe es Ihnen schon angekündigt. Er ist ein ganz erfahrener in der Insulintherapie, also natürlich nicht nur in der Praxis, auch in der Wissenschaft. Ich bin aber sicher, er wird sehr viel praktische Dinge sagen, weil das ist ja unser Hauptziel. Die Wissenschaft kennen wir schon. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen hier. Ich vertrete den Urs Zungsteg. Urs Zungsteg hatte ja auch seine Präsentation übertitelt mit besonderen Techniken, vor allem bei Interessenten in der Behandlung von Diabetes mit Continuous Glucose Monitoring Systems und Insulinpumpen und diese Dinge und Computerprogramme und das alles zu analysieren. Das zeige ich Ihnen alles nicht. Das ist einfach eine kleine Ausnahme. Ich zeige Ihnen etwas, wie wir bei uns den Typ 1 Serpitis behandeln, mit den neuesten Erkenntnissen. Ich werde Ihnen zeigen, wie wir Computerprogramme gebrauchen und ich werde ein wenig relativieren die Bedeutung von Insulinpumpen als die goldene Kuh, die heilige Kuh in der Behandlung des Typ 1 Serpitis. Wir betiteln jetzt das ganze Therapie des Typ 1 Serpitis in Basel, 18 Jahre nach Einführung des FIT-Programms, wie gut sind wir wirklich. Und um Sie einzustimmen in das Thema, Sie kennen das alle, deswegen würde das relativ rasch gehen, möchte ich Ihnen ein paar Slides zeigen. Das erste soll einfach nur den Hintergrund irgendwie darstellen, als 1922 die ersten Menschen mit Insulin behandelt wurden, da ging es eigentlich nur darum, Leben zu retten. Weil alle Menschen mit Typ 1 Serpitis, vor allem keine Jugendlichen, sind gestorben. Alle. Und die Einträge, die ein berühmter Diabetologe, der Elliot Jocelyn, gemacht hat in seiner Agenda oder in seinen Aufzeichnungen, diese Einträge waren sehr kurz. Name von Patient, Alter, Tod und in welchen Umständen gestorben ist, im Prinzip. Ja, es gibt eine ganze Liste von Einträgen von Elliot Jocelyn. Das ist damals das Ziel gewesen. Später hat man gemerkt, wenn das natürlich vorhanden war, dass da Spätkomplikationen auftraten. Und das wissen Sie natürlich alle, dass Spätkomplikationen auftreten. Der Grund, warum ich Ihnen das noch einmal zeige, ist, dass es alle relativ neue Publikationen sind, vom letzten Jahr, wo ein paar Statements gemacht werden, die mich nachdenklich stimmen. Wenn Sie hier sehen, hier steht geschrieben, dass die Retinopathie ist praktisch almost universal, also praktisch bei jedem vorhandenen Land genug den Typ 1 Serpitis überlebt. Das ist eine Analyse aus Dänemark, wo man sehr viele Menschen besucht hat, die 25 Jahre und Länge mit Diabetes gelebt haben. Das ist etwas, wo ich ein riesiges Fragezeichen jetzt setzen möchte. Sie werden gleich hier hin. Warum? Die Therapie des Diabetes hat sich enorm verändert und deswegen auch die Komplikationen verhindert. Dann gibt es eine sehr interessante Publikation, auf die ich Sie auch nur kurz hinweisen möchte aus dem Jahre 2001. Sie erinnern sich vielleicht, es gab diese große Studie, DCCT-Trial, Diabetes Chronic Complication Trial in den USA, wo man Menschen mit Typ 1 Serpitis Anfang, Ende der 80er Jahre eigentlich eingeschlossen hat. Die einen wurden mit einem Zweispritzenschema behandelt. Zweispritzenschema. Und die zweite Gruppe hatte das Bonus, ein bisschen intensiver. Und von diesem Patienten hat man geschaut, in den allerersten fünf Jahren ihres Diabetes-Daseins, gibt es da schon irgendwelche Hinweise für Retinopathie? Und die erschreckende Erkenntnis, wenn jemand sehr schlecht eingestellt ist, und die hatten alle dort Hb1c, 9c, diese Größenordnung, zu Beginn. Ja, selbst in den ersten fünf Jahren hat ein gewisser Prozentsatz der Patienten bis zu 35% Zeichen der Retinopathie, wenn man genau schaut. Wenn man in einem großen anderen Zeitschrift im British Medical Journal eine Übersichtsarbeit sich anschaut, was ich gemacht habe für das Thema der Retinopathie, dann finden Sie noch im Jahre 2003, ja, finden Sie so eine Kurve, das sind hier Typ 1 Diabetiker, jegliche Form von Retinopathie, das ist die proliferative Retinopathie, in Abhängigkeit von der Dauer des Diabetes. Nach 20 Jahren haben 80% irgendeine Form von Retinopathie hier, und eine proliferative Retinopathie über die Hälfte. Das ist 2003, ja, das ist nicht so lange her, da gewinnt man den Eindruck, das ist halt unausweichend, das ist halt so, ja, da kann man nichts machen. Das ist aber nicht so. Und wir alle, Sie alle können dazu beitragen, dass es nicht so ist. Der Grund, warum es nicht so sein muss, das ist halt die Abhängigkeit der Diabeteskontrolle, hier dargestellt, das HP1C, je tiefer desto besser, und hier die Progression der Retinopathie. Und Sie sehen sehr schön, je besser der Diabetes eingestellt ist, desto weniger Progression der Retinopathie haben wir. Das wird bezahlt mit einer erhöhten Häufigkeit von schweren Hypoglykämien. Davor haben wir alle Angst. Sie wollen nicht, dass unsere Patienten auf dem Weg hier zum Karthauser Ettingen mit dem Auto irgendwo aufs Feld fahren, weil sie mit der Hypoglykämien wissen, was sie tun. Ja, das wollen wir alle vermeiden, die schweren Hypoglykämien. Das heißt, hier ist ein gewisses Dilemma. Was man aber mit der funktionellen Insulintherapie und der guten Schulung, was Sie vor allem machen, deutlich reduzieren kann, das will ich Ihnen zeigen. Wie viel Insulin soll man spritzen? Das ist ja eine ganz kurze Übersicht über die Tradition oder die Historie der Insulintherapie. Die bis in den 70er Jahren hatten einfach symptomatisch mehr oder weniger Salim gespritzt. Patienten hatten Urinzucker gelesen und wenn Urinzucker negativ war, dann war es halbwegs okay. Das war so die Geschichte damals. In den 80er Jahren kam PENS und die ersten Blutzuckermessgeräte. Ich kann mich daran erinnern, dass ich im Spital die ersten Blutzuckermessgeräte auch als Student verwendet habe. Die sehr unpräzise waren im Prinzip. Aber das war das erste, wo man innerhalb von zwei Minuten, das war sensationell, innerhalb von zwei Minuten konnte man Blutzuckermessgeräte bekommen. Und dann, 80er Jahre, Basis-Bolus-Prinzip. Das war im Prinzip so eine kleine Revolution. Dort hat man gesehen, wenn wir das Baus-Insulin und das Insulin zum Essen aufteilen und der Patient die genau definierte Menge ist, die der Arzt ihm verordnet mit der Ernährungsberaterin, mit genau der definierten Menge Insulin, das ist also eine recht militärische Strategie, dann bekommt man bessere Diabeteskontrolle hin. Das ist in den 80er Jahren. Es gab aber einen Herrn Bernstein, das ist, glaube ich, ein Ingenieur, der Typ 1 der Richtige war in den USA, den hat es einfach abschließen. Ja, immer das zu machen, was ihm dort verschrieben wurde vom Arzt und immer die gleiche Menge Insulin zu spritzen, dann war es ja unlogisch. Und er hat im Prinzip das entwickelt, das Prinzip der funktionären Insulintherapie. Er hat überlegt, wenn ich mehr esse, muss ich mehr spritzen. Und wenn ich mich mehr bewege, brauche ich weniger Insulin. Ja, und auf seine Idee basierend wurde dieses FIT-Programm entwickelt, was in Europa, in Wien zuerst begonnen wurde und in der Schweiz, in Basel, nämlich, von den Willy Berger. Das Prinzip vom FIT ist, der Patient ist der Doktor. Das ist im Prinzip, er ist selbstbestimmt, er entscheidet, was er tut. Es ist sehr flexibel für den Staat, dass die Experiente machen, sie müssen sehr gut geschult werden. Wir werden nicht zeigen bleiben, wie wir das machen. Und dann ist wichtig, die aktive Selbstbestimmung. Jemand, der sein Diabetes nicht akzeptiert, der keine Lust hat, das zu machen, dort ist das useless. Das ist sehr schwierig, ja, das geht nicht. Und wir beobachten einen entsprechenden Weg für Polykemien. Ob das wirklich so ist, das zeige ich Ihnen gleich. Wenn wir uns Gedanken machen wollen, wie gut wir eigentlich sind mit unserer Insulintherapie in der Schweiz, oder jetzt speziell in Basel, ist es gar nicht so schlecht, über die Grenzen hinauszuschauen und zu gucken, wie läuft es denn ansonsten so, was ist denn das Standard of Care. Und ich habe Ihnen ein paar Beispiele gemacht, über die ich kurz Ihnen darstellen will. Das ist Schweden, ja, Schweden, Jahre 2007, ist es publiziert worden. Dort hat man im Jahre 2004 eine Analyse gemacht von dem Typ 1 Diabetes und geschaut, wie gut sind die Typ 1 Diabetes in Schweden behandelt. Sie sehen, sie haben als C-Wert im Mittel 8. Es ist nicht sensationell. Ich glaube, es gibt kaum ein Diabeteszentrum in der Schweiz, das diese Werte erreicht. Nach oben, meine ich. Wir haben überall viel bessere Werte. Und wie viele Menschen haben ein Hb1c unter 7? Das ist eigentlich der Zielbereich. Und das ist nur knapp ein Fünftel. Das ist nicht sensationell. Und das ist 2004. Das heißt, die Erkenntnis von Basis-Bolus, die Erkenntnis von FIT, die ist da. Wo ist das Problem? Es ist die Schulung das Problem. Das ist das Wissen, die Übertragung des Wissens, die Schulung von Arzt und Patient. Beide. Ich zeige Ihnen noch einige andere Beispiele. Das ist eine Studie aus Deutschland, wo man versuchte, mit einem Schulungsprogramm, das sehr, sehr ähnlich ist, der Funktion der Insulintherapie, bei Diabetikern die Situation etwas zu verbessern. Es war zuerst hier ein Zentrum, 1993, und dann kamen viele Zentren dazu. Am Schluss waren das 190 Zentren total, die insgesamt fast 10.000 Patienten betreut haben. Und die haben Patienten genommen, die neu Diabetes hatten. Die sind dann in so ein Schulungszentrum hingebracht worden, da wurden sie geschult. Nach einem Jahr hat man geschaut, wie ist HBRC nach einem Jahr. Nach einem Jahr ist HBRC von 8.1 auf 7.3 runtergegangen im Mittel. Das ist schon nicht schlecht. Bei Patienten mit der Diabetesdauer im Mittel von 13,4 Jahren, das waren relativ junge Leute. Einige von denen hatten sicherlich noch eine Restdekretion von Insulin, wo es ein bisschen einfacher ist. Aber das ist ein Weg, der gar nicht so schlecht ist. Großbritannien hat also etwas ähnliches gemacht. Das ist dieses DAFRE-Programm. Das ist wie fit. Man gibt mehr Insulin zum Essen, wenn man mehr isst. Und dort hat man begonnen mit 9,4 und aufgehört nach 6 Monaten mit 8,4. Es ist nicht sensationell. Aber es ist genau der Weg, den man beschreiten muss. Dieses hier stelle ich Ihnen kurz dar, eine Untersuchung. Das ist dieses DCCT-Trial mit dem Kurven, den ich Ihnen initial gezeigt habe. HBRC, je besser, desto weniger Retinopathie. Und auf der anderen Seite, je tiefer HBRC, desto höher das Risiko der Hypoglykämie. Diese Studie lief über 6 Jahre. Und dann war sie fertig. Und dann hat man die Patienten wieder zu den Hausärzten, der Betreuung der Mediologen gegeben. Später, nach 12 Jahren, noch einmal telefoniert und die ganzen Werte abgefragt von den Betroffenen und gesehen, ja, wie ist das jetzt? Wie ist H1C? Wie sind die Hypos? Und nochmal nach 12 Jahren eine Nachuntersuchung gemacht. Und was man dabei gesehen hat, ist, dass die Häufigkeit die schweren Komplikationen deutlich weniger war, als vorher beschrieben. Das ist das, was wir jetzt denken, wenn die Leute besser eingestellt sind, dann nimmt die schweren Komplikationen, das nimmt dann ab. Was man aber auch zeigen konnte, gesehen hat, dass also DCCT-Originalstudie und dann 12 Jahre danach, das ist die Gruppe, die in den ersten 6 Jahren zwei Spritzenschimmer hatte. Ja? Weil niemand geglaubt hat, dass eine intensive Insulintherapie wirklich einen Benefit macht. Und das ist die Gruppe, die von Anfang an intensiv behandelt wurde. Nach Abschluss, nach den 6 Jahren, haben alle intensive Diabetesbehandlung gehabt. Worauf ich Sie hinweisen möchte, hier ist, im Jahre 12, nach Abschluss von der Studie, hatten 45% Insulinpumpe, das ist Continuous Subcutane Insulin Infusion, und hier waren es 48% in der initialen Gruppe. Das ist praktisch jede zweite an der Pumpe in den USA. Ja? Jede zweite. Was Sie hier sehen, ebenfalls ist die Hb1c-Werte. Jede zweite hat eine Pumpe. 7,8 Hb1c im Mittel, in dieser Gruppe, die von Anfang an intensiv behandelt wurden und 7,7 in der Gruppe, die initial konventionell behandelt wurden. Was hier nicht gezeigt wird, was Sie aber wissen sollten, in der Studie, in der Originalstudie, Hb1c bei 7,3, 7,4. Das heißt, im Verlauf sind die, die intensiv behandelt wurden und schlechter geworden. Ich habe die einige der Autoren gefragt, die die Studie gemacht haben, als ich in den USA war, wie sie sich das erklären. Und der Punkt ist ganz einfach eigentlich. Die wurden einem Diabetologen, die Hausärzte überwiesen, und die hatten keine Zeit. Das ist so banal. In der Studie hat man 30 Minuten pro Patient reserviert. Als Sie aus der Studie raus waren und zu den Ärzten wieder, zu den Hausärzten, dem Diabetologen überwiesen wurden, da waren es höchstens 15 Minuten. Das heißt, die Betreuung war weniger intensiv, weniger gut. Wie ist das mit den schweren Hypoglykämien? Obwohl Hb1c hier 7,8 ist, Sie sehen, die Anzahl der schweren Hypoglykämien pro 100 Patientenjahre liegt hier bei 48. Schwere Hypoglykämien definiert als eine Hypoglykämie, wo man selbst nicht rauskommt. Man braucht jemanden, der einem etwas bringt oder etwas einflößt oder man hat Bewusstsein verloren. Das war 48 pro 100 Patientenjahre. Das heißt, jedes zweite Jahr ein Patient ein schweres Hypoglykämien. Das ist so die Häufigkeit. Und das ist in dieser Gruppe hier, die initial konventionell behandelt wurde, in einem ähnlichen Bereich. Die Prinzipien der Funktion der Insulintherapie sind Ihnen alle bekannt. Ich werde das ganz kurz repetieren. Wir haben also Barsins und wir unterschreiben Essensins. Das ist das eine. Es ist eine selbstständige, unmittelbare Korrektur erhöhtem Blutzuckerwert erforderlich. Das heißt, die Patienten, die diese Fetttherapie machen, wenn sie einen erhöhten Blutzuckerwert messen, dann handeln sie. Sie sollen einen erhöhten Blutzuckerwert von 10, 12, 14 nicht einfach auf sich beruhen lassen und denken, ja, vielleicht ist er warm und besser. Sondern die müssen handeln und korrigieren. Wenn die Sport machen, also Bergwandeln oder wenn sie größere Mahlzeiten essen, dann müssen die Patienten selbst die Therapie anpassen. Sie müssen Insulin geben. Das bedingt, dass sie mehr Verantwortung übernehmen müssen. Sie müssen Kenntnisse haben über die Ernährungsgrundlage, vor allem Kohlenhydrate müssen sie sehr gut schätzen. Und das ist eine sehr banale Botschaft, aber es ist die zentrale Botschaft, ohne hervorragende Kenntnisse. In den Kohlenhydraten, die die Leute zu sich nehmen, sind alle anderen Anstrengungen im Prinzip unsinnig. Ja, das bringt alles nichts. Da kann man noch zwei Punkten haben und drei CGMS-Geräte, das bringt nichts. Ohne die Kenntnis, die profunde Kenntnis über den Bedarf, den man hat. An Insulin, wenn man 10, 20, 40 Gramm Kohlenhydrate einnimmt. Und ohne das Wissen, wo sind diese Kohlenhydraten drin, ist das alles ohne Erfolg. Das zweite ist, sie müssen relativ viel Blutzucker messen. Das ist unabdingbar. Der menschliche Pankreas misst oder jede einzelne Beta-Zelle, die wir haben, die nicht der Betik, ist in der Lage, Blutzucker zu messen einmal pro Minute. Einmal pro Minute. Und wir haben eine Milliarde Beta-Zelle in unserem Körper. Das heißt, wenn der Diabetiker zweimal pro Tag ist, ist das nicht ausreichend, um die Flubrationen zu erkennen und die Dosis anzupassen. Die Ermittlung des individuellen Insulinbedarfs durch gezielte Experimente ist auch ein Kernstück des Servietprogramms bei uns. Wir fordern sie auf, dass sie halt die Dinge, die sie gerne essen, essen sollen. Und dann sollen die die richtige Menge Insulin dazu nehmen und überprüfen, ob das stimmt. Ich habe beim FIT-Kurs letzte Woche jemanden gehabt, der hat drei Kugeln Eis gegessen, hatte ungefähr 30 Gramm Kugelnorte abzudecken, aber sie hat die Hälfte des Insulins gegeben, was sie sonst geben würde, weil sie hatte Angst, dass sie es leicht denn an Hypo hat. Und für den nächsten FIT-Kurs, also den Morgenstil, der stattfindet, hat sie die Aufgabe, nochmal drei Kugeln Eis zu essen, aber dann sechs Einheiten Insulinischer freizugeben. Also wir fördern, wir stimulieren Experimente, sodass die Leute durch die Dinge im Alltag, die sie auch gerne haben, das erfahren, wie funktioniert es bei mir? Wie viel Insulin brauche ich und geht das? Das praktische Folge sind Gruppenkurse, die wir für sehr sinnvoll erachten, weil das eine hervorragende Interaktion gibt, man lernt viel voneinander. Ein zentraler Punkt ist bei uns immer der Fastentag, das ist für alle Beteiligten, für Arzt und Patienten immer ein Aha erlebt. Leute, die eine katastrophale Wohlzuggewerte haben zwischen 2,5 und 25, Sie können dann im Fastentag einfach erkennen, wie unglaublich stabil wir sind. Dass sich dann nichts bewegt, dass die Blutzuckerwerte variieren zwischen 4 bis 8 oder 9 und ansonsten bleibt es extrem stabil. Das ist für die Patienten ein enormer Wissensgewinn, das hängt vor allem an deren Einstellung zur Diabetes oder deren Einstellung zur Insulintherapie. Dann haben wir die Mahlzeitentests, die ich kurz angedeutet habe. Wir fordern die auf, die richtige Korrektur zu ermitteln. Und die Anpassung wegen körperlicher Aktivität, das wird alles im Rahmen des Wittkurses durchgeführt. Die Patienten müssen halt ein blusige Büchlein führen, für diesen Kurs Ernährungspotokoll schreiben, damit wir wissen, wie Kohlenhydrat desigendlich so essen. Und wir haben dann auch so eine Frage wohl, wo wir hier prüfen, was wissen die Leute eigentlich vom Diabetes. Ein zweiter sehr zentraler Punkt bei uns ist, dass wir die Ärzte schulen. Also kein Assistent bei uns bekommt einen Diabetes-Therapetiker zu Gesicht, der nicht geschult ist in Betreuung von Diabetes-Therapetikern. Die werden alle mit Supervidiert. Ich sehe alle Patienten oder meine obersten Kollegen sehen alle Patienten Diabetes-Therapetiker als Supervisor. Niemand behandelt einen Diabetes-Therapetiker für sich alleine, ohne wirklich profunde Kämpfe zu haben wie FIT. Am Schluss machen alle Assistenten bei uns das FIT-Programm selbst. Die machen den Kurs selbst mit mehr als das Supervisor. Das zweite ist, wir wenden die Prinzipien vom FIT, besprechen wir mit jedem Patienten in der Sprechstunde. Wenn er wiederkommt zur Kontrolle, dann reden wir mit ihm wie im Rahmen von FIT-Codes. Wir fragen, wie viele Kohle drauf haben sie die Gäste, wie viele Institutionen haben sie gespritzt, wie war die körperliche Aktivität zum Zeitpunkt A, B, C. Wir versuchen FIT zu implementieren in den Alltag, in die Sprechstunde. Und damit das effektiv funktionieren kann, brauchen wir auch ein Computerprogramm. Sonst ist das nicht möglich, wenn sie den Blutzucker-Büschlein durchblättern. Es ist unmöglich, sich dort ein Bild zu geben. Das ist hier so eine Aufzeichnung des Patienten im Rahmen eines FIT-Codes. Sie sehen die Zahlenkollern, das ist hier die Uhrzeit, das ist Depo-Inzulin, hier haben sie die Blutzuckerwerte. Und das alles zu verarbeiten im Rahmen der Kontroll-Sprechstunde mit 30, 40 Tagen nach hinten, das ist praktisch unmöglich. Das ist jemand, der wenige Zahlen hat, keine Grundrate aufgeschrieben, aber schauen Sie mal an. Das sind die Blutzuckerwerte, das sind die Insulinddosen, das kann man auf einen Blick unmöglich verarbeiten. Deswegen ist es sinnvoll, ein Computerprogramm zu haben. Patienten kommen zu uns mit diesen Blutzucker-Messgeräten und wir begrüßen sie mit vielen Kabel, damit sie die Blutzucker-Messgeräte in den Computer überhaupt anschließen können. Und wie sieht so ein gutes Profil aus? Das ist vom Diabas-Programm die Analyse aller Blutzuckerwerte der letzten zwei Monate. Hier der Punkt ist ein Blutzuckerwert. Das ist hier die Uhrzeit, die Tageszeit, das ist die Höhe der Blutzuckerwerte im Minimum. Das ist jemand, der gut kontrolliert ist. Das sage ich meinen Patienten sehr gerne, solche Beispiele auch, um Ihnen zu zeigen. Schauen Sie, wenn Sie Blutzuckerwert haben von 12, 15 oder so etwas in diese Größenordnung, es ist keine Katastrophe. Das ist zu erwarten, dass es so ist. Denn sage ich, dass Sie ja nur vier, fünf Mal pro Tag messen. Und die Variation der Blutzucker deswegen automatisch größer ist, als bei jemandem, der kein Diabetes hat. Das heißt, das ist eine hervorragende Diabetes-Einstellung. Es gibt halt gewisse Variationen. Sie sehen hier diese Tagesstruktur, vor dem zu Bett gehen wird noch mal gemessen. Das stimmt. Ein anderes Beispiel von einem Patienten, der 35 Jahre Diabetes hat, das ist ein bisschen, die Tagesstruktur ein bisschen weniger stringent. Was man hier sehen kann, dass es relativ viele Werte gibt unter vier. Und das diskutiert hier mit dem Patienten. Sagt ja, das ist alles wunderbar. Aber Sie haben hier relativ viele Werte, die tief sind. Wenn diese Werte hier, in diesem Bereich, alle um ein Millimum höher wären, wäre der Diabetes immer noch gut eingestellt. Aber das Risiko der Hypos wäre kleiner. Dann haben Sie hier ein anderes Beispiel von einem Patienten von mir, der hat hier am Morgen ausgeprägte Hypolytomine. Das sind relativ viele. Nicht? Und woran liegt das? Sie sehen, er hat hier am Abend sehr, sehr hohe Blutzuckerwerte. Ja? Und er korrigiert dort massiv. Nicht? Und mit diesem Programm ist das sofort sichtbar, wo das Problem ist. Und da kann man natürlich den Patienten etwas effizienter beraten. Und sagen, gut, korrigieren Sie weniger. Machen Sie einen Blutzuckerwert vor dem zu Bett gehen, damit Sie wissen, wie Sie starten. Und dann schauen wir, ob das verschwindet. Ein anderes Beispiel von Patienten hier, der auch viele durch den Hypomykämien hat, aber auch sonst relativ viele Hypos. Sie sehen das. Und mit diesem Programm können wir auch die Blutzuckerwerte einzählen nach Tageszeit und anschauen. Und wir können aber auch die Blutzuckerwerte, die aufeinander folgen, mit einer Linie verbinden. Und das ist eine hervorragende Option. Das heißt, wenn wir die Linie mitmachen, dann sehen Sie diese Tiefenwerte hier, die kommen alle von hohen Werten dort. Das heißt, der Patient hat hier überall korrigiert. Nicht? Die massiv tiefen Werte haben als primäre Ursache eine übermäßige Korrektur auf die Nacht. Das können wir Ihnen denn sagen. Wir versuchen das dann abzustellen. Hier sehen Sie ein anderes Beispiel von jemandem, der relativ viele Hypos auch hat, stark schwankende Blutzuckerwerte. Und schauen Sie mal, das sind die Messungen pro Tag. Der misst neunmal pro Tag. Das ist viel. Neunmal pro Tag. Das ist sehr viel. Und das ist jemand, der sehr bemühtet, das verfällt aber will. Und hier sehen Sie, warum die Hypos zustande kommen. Hier haben wir die Daten. Nicht? Die tiefen Werte, die kommen alle von erhöhten Werten, wo er stark korrigiert hat. Das ist hier der Fall. Das ist hier der Fall. Das ist hier der Fall. Ja? Das können Patienten so zeigen. Und sie sagen, das Problem ist, sie korrigieren einfach zu viel. Sie müssen sich überlegen, ob die Korrekturen, die sie machen, korrekt sind, ob der Zeitpunkt der Blutzuckerkontrolle die gute ist. Eine Stunde nach dem Essen Blutzucker zu kontrollieren und daraus irgendwelche Konklusionen zu schließen, ist Unsinn. Ja? Das führt zu Katastrophen. Weil Patienten überall bewerten dann die erhöhten Blutzuckerwerte und eben viel Insulin. Und das ist etwas, was man unterbinden sollte. Mit solchen Analysen finden wir das heraus. Das ist also zu dir was. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema halt, diese funktionelle Insulintherapie. Die Idee, die ich hatte bei dieser Analyse war, ich wollte wissen, wie gut sind wir denn eigentlich. Wir hatten das Gefühl, wir machen das gar nicht so schlecht. Aber wir hatten keine richtige Ahnung, wie gut wir eigentlich sind. Die initiale Idee war, wir wollten eine Qualitätssicherung durchführen und schauen, wie ist Quality of Care am Standort Basel. Wir haben halt uns gefragt, ob wir die Richtlinien der American Diabetes Association erfüllen, was Therapie des Diabetes anbetrifft. Ich will hier einzig und alleine zeigen, wie die Diabeteskontrolle bei diesen Patienten war. Wir haben insgesamt 223 Patienten untersucht. Die mittlere Diabetesdauer war hier so 20 Jahre. Fast alle hatten Insulin analog an. Wir hatten aber nur 16% Patienten, die eine Pumpe hatten. Und das ist nicht, weil wir gegen Pumpen sind und denken, das ist ein unsinniges Tool. Wir setzen die Pumpen gezielt ein bei denjenigen, die es brauchen oder denen, die es wünschen. Es gibt Menschen, Patienten sagen, ich will nicht überstechen, gibt es nicht eine andere Möglichkeit, dann selbstverständlich. Wir haben Pumpen und wir stellen die vor und dann können sie die haben. Wir propagieren aber nicht die Pumpen als das einzige sinnvolle Werkzeug. Überhaupt nicht. Hier sehen Sie auch, wie viel Basalinsulin wir geben bei unseren Patienten im Schnitt. Das sind so 0,27 Einheiten Basalinsulin pro Kilo Körpergewicht. Ich zeige Ihnen diese Zahl, weil in der Studie, in der großen amerikanischen Studie, ist der Basalinsulinbedarf deutlich höher gewesen. Wir hatten bei uns 26,5% der Patienten psychische Probleme, Depressionen, Essstörungen, Anpassungsstörungen. Das heißt, wir haben auch Leute, die Problematisch sind. Wir haben nicht nur die Guten und die Schlechten, die im Hausarzt zurück. Das ist eher umgekehrt. Die Haushälte, die für zwei Prozent sind, schicken uns Patienten, weil ein Arzt wechselt, ganz generell, manchmal etwas Gutes tut. Das sind die H1C-Werte, die wir bei unseren Patienten haben, bei dieser Analyse. Der Median H1C ist 7,1. Warum haben wir den Median genommen? Weil Sie sehen, es ist nicht ganz gleich verteilt. Es gibt welche, die sind hier ganz oben. Wir haben auch Leute mit H1C von 14, das gibt es nicht, oder 11. Und deswegen die Median. Und die Median sagen, die Hälfte der Patienten hat 7,1 oder weniger. Und wir haben bei uns 43,5% unter 7, 64,6% unter 7,5. Das ist also im Prinzip gar nicht so schlecht. Wie ist das H1C in verschiedenen Gruppen? Was wir gesehen haben, ist, dass Männer etwas besseres H1C haben als Frauen. Das ist bekannt. Männer sind diesbezüglich ein bisschen besser als Frauen. Nicht in vielen Dingen, aber doch. Raucher sind schlechter als Nichtraucher. Das ist auch bekannt. Dann haben wir geschaut, Leute mit psychischen Problemen, die sind schlechter als die ohne. Das ist auch nicht überraschend. Und denn zu diesen Patienten ist vielleicht auch eine Randbemerkung, ich betreue ein Dutzend von diesen Größenorten. Es hat überhaupt gar keinen Sinn, mit den Leuten über Diabetes zu sprechen. Außer, dass sie halt nicht vergessen, das Basis-Hilfe zu spritzen. Und Blutzutkontrollen zu machen, um die größten Entgleisungen nicht zu verpassen. Es hat keinen Sinn, über Details von Fit mit denen zu reden, wenn sie mit ihren Kopf in der anderen Welt sind. Mit einer Welt, die mit ihren seelischen Sorgen, Depression, was auch immer, zu tun hat. Die haben keinen Zugang für diese Art von Diabetesbehandlung und Fit, solange sie in Depressionen oder neurotischen Störungen völlig vorangehen sind. Das ist Zeitverschwendung. Was meine Strategie ist, jeder hat so seine spezielle Strategie ist, die Leute engmaschig zu kontrollieren, sie zu begleiten und abzuwarten, wo sie etwas besser die Botschaften von Diabetes aufnehmen können und dann die Behandlung zu intensivieren. Das heißt, die psychischen Probleme, die im Vordergrund stehen, ist das für jeden extrem schwierig. Und mit Diabetesbehandlung nach einem Fit-Schema oder so etwas, ist es extrem, extrem schwierig. Also dort, das sind die, die bei uns auch H1C von 10 oder 11 haben. Dann haben wir geschaut, wie hängt H1C jetzt von verschiedenen Gruppen ab. Wir haben geschaut, die Leute, die Diabetes haben unter 5 Jahre oder über 5 Jahre. Die, die unter 5 Jahre Diabetes haben, die beiden, die haben H1C 6,7. Das liegt darin, dass die noch Rest-Sekretion haben. Wir haben viele ältere Menschen, die späte Diabetes bekommen und dort ist die Rest-Sekretion noch relativ lange erhalten. Das begünstigt eine gute Diabetes-Einstellung. Und ob die Leute in dem Fit-Kurs drin waren, im Gruppenkurs oder ob wir das während der Sprechstelle gemacht haben, da haben wir keinen großen Unterschied gesehen. Das mich ein bisschen überrascht. Denn hier jetzt die Diabetes-Dauer, hier oben, nun bis 19, bis 19 Jahre. Die Anzahl der Patienten, die wir besucht haben und dann H1C für jetzt. Sie sehen, wir haben ein Median H1C um 7,1 praktisch bei allen Gruppen. Die, die über 40 Jahre Diabetes haben bis die 10 Jahre Diabetes haben. Das ist sehr stabil. Das heißt, das ist bei allen Gruppen im ähnlichen Bereich. Außer die mit einer kurzen Diabetes-Dauer, die sind noch besser, weil dort eine Rest-Sekretion ihnen das Leben erleichtert. Gehen wir zu den Komplikationen. Das ist die gleiche Darstellung. Wir haben geschaut, wer von der H2C mit bis 20 Jahren Diabetes dauert. Und das sind 16 Prozent nach unseren Angaben. Weil das so unglaublich ist, machen wir damit eine Studie mit den Augenärzten in Basel. Und wir wollen das genau wissen. Weil es kann natürlich sein, dass die Angaben, in denen unsere Krankengeschichten sind, die so extrem präzise sind, dass einige minimale Veränderungen der Augenarzt vielleicht eigentlich befasst hat. Deswegen wollen wir mit einer Studie jetzt, standardisierten Untersuchungen, bei allen das nochmal überprüfen, ob das denn stimmt. Sie erinnern sich an die Abbildung mit Retinopathie. In den ersten 20 Jahren 80 Prozent Retinopathie und 60 Prozent Größenordnung oder 50 Prozent proliferative Retinopathie. Das haben wir nicht. Sie sehen auch hier, dass ein Sprung ist von dort nach dort. Der Sprung ist dadurch bedingt, dass die Leute, die vor 20 Jahren Diabetes bekommen haben, die haben von Anfang an eine intensivierte Insulintherapie, von Anfang an fit und waren von Anfang an viel besser behandelt, als diejenigen hier, die eine hohe Prävalenz von Retinopathie haben. Wir waren erstaunt über das gute Hb1c. Wir haben das überprüft, das stimmt einfach. Wir haben uns gefragt, nun ja, wahrscheinlich sind die Leute in der Stadt sowieso viel klüger als der andere Rest und die Bar sind sowieso. Wir haben uns eigentlich sehr klüge Patienten. Wir haben also untersuchen, wir haben geschaut, wir schauen mal nach den Berufen. Welche Patienten haben wir? Und da sehen Sie, das stimmt nicht. Wir haben alle Berufe, also wir haben Akademiker, die aktiv sind, nicht aktive Akademiker, Schüler in Education, die sind am schlechtesten. Das hat so, ja, die Adoleszenz den jungen Erwachsenen, das ist die am schlechtesten zu behandeln, unsere schwierigsten zu behandeln, die Gruppe. Wir haben Rentner, wir haben Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Hausfrauen. Und das ist alles nicht so schlecht. Es ist schon so ganz generell, dass diejenigen, die Verstand haben, wie es funktioniert, die hier in der Betis akzeptieren, dass die am besten sind. Ja? Aber ansonsten, wir haben keine ausgeregte Population. Dann noch ein letztes Wort für den Hypus und dann bin ich fertig. Wir haben Patienten gefragt, wie viele Hypus hatten sie im letzten Jahr, schwere Hypus. Hypus. Und weil wir aus der Erfahrung, ich aus meiner Erfahrung gewusst habe, es sind wenige, da haben wir gleich eine zweite Frage noch dazu gestellt. Wie viele schwere Hypus hatten sie in den letzten fünf Jahren? Wir wollten ein paar Zahlen haben. Ja? Schwere Hypus einfach definiert, wir haben sie gefragt, sodass sie sich selbst nicht helfen konnten. So was definiert. Ja? Die Zahlen Hypus im letzten Jahr zeige ich Ihnen gar nicht, weil das zu wenig war. Ich zeige Ihnen die Zahlen, wie viele Hypus in den letzten fünf Jahren es gegeben hat. Sie sehen, kein einziges Hypo, 115 Patienten. Kein einziges in den letzten fünf Jahren. Das bedeutet, das sind mindestens mal 115 mal fünf Jahre, 575 Patientenjahre ohne ein einziges schweres Hypo. Hier unten sehen Sie, da gibt es zwei Patienten. Der eine hatte 50 Hypus in den letzten fünf Jahren, schwere. Der andere hatte 20. Das hier ist ein Drogenabhängiger, Typ 1 Diabetiker, der selbst berichtet hat, dass er mindestens so viele Hypus gehabt hat. Das ist ebenfalls ein psychiatrischer Patient, der zweite hier. Deswegen haben wir die beiden Patienten, weil sie so viele Hypus berichtet haben, aber die andere Gründe haben, aus der weiteren Berechnung rausgenommen. Das sind die Hb1c-Werte, bei denen die Hypus hatten und die keine Hypus hatten. Es gibt keinen großen Unterschied, das würde ich Ihnen zeigen. Wenn wir die beiden Patienten mit extrem viel Hypus rausgenommen haben, kamen wir auf 15 Hypus pro 100 Patientenjahre bei uns. Und das ist verglichen mit dieser Disicity oder EDIC erheblich weniger. Bei einem Hb1c von 7,8. Zusammenfassung, eine sehr gute Einstellung des Diabetes mit einem Hb1c unter 7 ist möglich. Bei 43 Prozent der Patienten bei uns. Und ein Hb1c immer unter 7,5 ist ebenfalls hervorragend. Es ist nicht schlecht. Und das haben wir bei 64 Prozent der Patienten mit FIT gehabt. Eine intensive Schulung von Patienten und Ärzten, das ist sehr, sehr wichtig, ermöglicht die Implementierung der FIT-Prinzipien im klinischen Alltag und ein effizientes Empowern von Patienten. Und das FIT-Programm führt zu einer deutlichen Reduktion von schweren Dipliklinien. Und der am stärksten limitierende Faktor für den Erfolg bei uns, das ist die soziale und psychische Situation des Patienten. Und damit will ich schließen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese wunderbare Übersicht über Typ 1. Es war auch für Rolf Gräni und mich als einzige Assistenten in Basel. Ich habe das schon erzählt, 1981 haben wir beide zusammen auf der Abteilung in Basel gearbeitet. Und jetzt bin ich wieder ab-to-dated. Gratuliere. Sehr guter Durchschnitt natürlich. Und das ist ganz eindrücklich. Nun noch einige ganz kleine Sachen, weil wir wollen dann auch weitermachen. Es zeigt, eine gute Einstellung ist möglich, die Schulung ist wichtig. Wir sind hier wegen der guten Schulung. Du hast das bewiesen, das ist Voraussetzung. Das habe ich gesagt. 1985 war es wie die Basis-Bonus-Therapie, die natürlich nicht so war, wie die Jungen meinen. Das war natürlich ein absolutes FIT. Aber das können wir dann mal diskutieren. Da gibt es eine schöne Korrespondenz von mir mit Professor Berger darüber. Das Basis-Bonus-Prozept wurde eingeführt als funktionelle Insulid-Therapie. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, weil ich das erzählt habe, dass man dann eben gute Schulung braucht. Und man braucht die entsprechend ausgebildeten Leute. Noch zum Blut-Zucker-Büchlein. Das hat mich fasziniert. Der Diabas. Wir haben einen Fall besprochen hier. Das ist etwas Gutes. Das ist kein Zweifel. Aber ich glaube, man kann auch mit dem alten Blut-Zucker-Büchlein, wenn man es anschaut, und sich etwas Zeit nehmen, auch arbeiten. Aber ich habe nichts dagegen. Aber das Blut-Zucker-Büchlein, wenn man es anschaut und schaut, was dort passiert ist, ist da auch nicht schlecht. Was wollte ich sagen? Ja, ich dachte, ich muss aber sagen, das Büchlein, das, was wir hier gesehen haben, ist natürlich wie das alte Büchlein. Wir haben heute andere Büchlein, die ähnlich aussehen wie die 24-Stunden-Protokolle beim Bild. Und wir verwenden eigentlich, wenn wir Büchlein verwenden, nur noch solche, wo prä- und post-pranuale Werte eingetragen werden können, nicht müssen, sondern können. Und dann ist es lesbar auch ohne Computer. Also ich möchte einfach für die, die nicht irgendwas haben, einen Lanze begriffen, dass wir die nicht einfach als blöd hinstellen. Das ist auch nicht so gemeint. Ja, ich weiß nicht. So ist es nicht gemeint. Ich sage meinen Patienten, wenn sie ein Hbac haben, um eine Siebe und keine Hypose, dann ist es mir egal, wie sie das machen. Sie werden in der Blut-Zucker-Büchlein, von mir aus. Das spielt keine Rolle. Ja, wenn das möglich ist. Wenn das Ziel erreicht wird, wie das gemacht wird, sei jedem nicht überlassen. Es geht natürlich nicht unter Blut-Zucker-Kontrollen. Es geht natürlich nicht unter häufig Blut-Zucker-Kontrollen. Aber das zeigt als Grundprinzip. Wie ein Arzt nun den Diabetiker betreut, ob er mit Büchlein oder oder macht, ist völlig egal, weil das funktioniert. Mein Problem, oder das Problem, was wir bei uns sehen, ist, dass viele Patienten nichts mehr aufschreiben. Wir haben keine Blut-Zucker-Büchlein, die kommen mit dem Blut-Zucker-Büchlein und sagen, das ist alles drin. Du kannst ja auch mit dem Blut-Zucker-Büchlein kommen. Vor allem die Jugendlichen, die da schreiben. Kaum noch jemand etwas auf. Es sind die älteren, die mittelalterlichen älteren, zuverlässigen Patienten, die noch heute aufschreiben. Aber viele schreiben nicht auf. Ich sage denen, die wir uns machen, damit wir das interpretieren können, was wir im Computer-System sehen. Ich habe nur eine Bemerkung, eine ganz scheinbar wichtige. Ich habe nachgerechnet, wie viele Instruktion- und Beratungsstunden die DiCCT-Interventionspatienten hatten. Es waren vier volle Stunden. Sei es Arzt, Diabetesberater oder Ernährung, sie hatten recht auf vier volle Stunden. Und das Spannende ist, dass die Kontrollgruppe sich verbessert hat auf das Niveau der Interventionsgruppe. Das heißt, die haben etwas selbst gelernt. Die wussten nämlich, dass sie schlecht behandelt waren. Und die wichtigste Aussage war, die Ärzte müssen fit können. Die Patienten müssen nicht unbedingt den Kurs fahren. Sie müssen Ärzte haben, die wissen, wie es funktioniert. Dann läuft es. Dafür treffe ich noch eine Schlussbemerkung. Ich wollte den Saal verlassen. Ich muss zurück nach Basel. Zu den Ärzten. Das ist ein extrem wichtiges Punkt. Man hat in Großbritannien mal versucht, ein Fit zu machen, in dem man die Patienten geschult hat. Und die Patienten sind dann halt zu ihren Ärzten zurückgegangen in die Geheimdienste. Die kann. Justless. Es wird zu nichts. Man braucht die Ärzte, die mindestens genauso gut oder besser geschult sein müssen, als die Patienten. Ohne eine gute Schulung der Ärzte ist das gut. Deswegen gehören die meisten derjenigen die Hände von geschulten Ärzten, die etwas von fit und die meisten richtig verstehen. Okay, das ist ein gutes Schlusswort. Das bedeutet, dass alle immer in die Deskurse kommen müssen. Sonst kriegen Sie diese beiden AB1C-Werte nie hin. Ich möchte jetzt Dir nochmals danken.